So, wir müssen mal Aufnahme starten. Warte, bitte. Jo, ich weiß. So fängt die Aufnahme an. Jo. So, wir versuchen ihn wie wir können. Das ist das, was wir brauchen? Was? Was? Das ist das? Ja. Ja. Warte, ja. Ja. Ich weiß nicht, was wir abziehen. Nein, ich hab die Gugel nicht geschickt. Okay. Wieder ein… Ja. Genau. bevor wir ankommen klären wir gleich die erste dinge ja und aber so nicht wendig ich muss den da herrisch und verfahren das ist eine festplatten klauen oder das hat noch in dieser mission ist eines dann werde vorbereitet ich glaube das ding erst beim wenn wir damit die feste klären ja hier muss man den auch zurück ja ja ich meine ja sagt aber ohne schmacht ich muss da rum und sprung um zu um zu um zu ja du mein um zu ja bleibt doch mal ganz hoffte man drei andere kunden zu fahren wir überlegt doch mal ja du mal brauchst manchmal drei ich lege mit der rette in der hand gefahren 6.000 Ah, ich weiß nicht, wie gut du es bei mir hast. Ja, ich lieb ja halt, was? Ich hab halt an. Ah, ich weiß nicht, wie gut du es bei mir hast. Ist der schon da? Na, ist der schon da. Ups. Du hast den Motor, der Volk. Nimm mich weg, nimm mich weg, nimm mich weg. Hallo, hallo. Ja, ich hab die Typen. Ja, ich weiß nicht, was sie hierher kam zu tun. So, du hast du mal einst an, ne? Ich hab dich. Ist es weird, dass es ein russischer Nucleier auf der Koste von San Andreas ist? Oder ist das, wie, par für den Kurs? Ich bin nicht sicher, welche Antwort auf diese Frage wäre, dass es eher entschuldigend ist. Ach, du bist der Nummer? Ja. Ja. guck mal, ich hatte nichts für den krank ja warum kommt man da letztens nicht? ne ne, was hast du denn gemacht? ja, aber du sitzt da vorne, ne? kann ich nicht wirklich was reden? komm, ich geh auf irgendwo hin, weißt du, die sitzt vorne wenn wir aber die festplatten fahren, dann kann ich nur hinten einsteigen hä? die sind vorne die sind vorne ich bin vorne nicht gegangen aber beide sind hier auch zu helfen ups ich bin hier auch zu quätschen Flukt ruhig warte ruhig 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 Boah, schön die Aufnahme gegauert, ja. Badi, ist gut jetzt! Auf zu lachen, Mann! Das heißt ja, du musst ja gleich was irgendwo dauern. Nein, der war doch gerade draußen, Mann. Badi, hör auf jetzt! Badi, hör auf jetzt! Boah, ey! Badi, aus! Ich krieg ich! Ich krieg ich! Ganz geil! Warum hast du im Funk gesetzt, Mike? Dann wissen wir, wie lange du mal aus? Hä? Hä? 2,8 Kilometer, hätte ich mir noch fragen können, Mann! Kannst du wegmachen, man sieht voll schwul aus gelb und pein! kurz vor mir. Wow! Oh, fifteen! Was denn? Wie war er mit dir gehoben? Einmal! Ich bin nur mit Koron gekommen, guck! Kannst du mal aufhören, wenn wir nicht in die Straße kommen, Alter! Kannst du voll cool driften, Junge! Kannst du voll cool driften, Junge? Ich bin ein Farmer-Zimmer-K-Sidemann! Die Russische Invasion von Los Santos ist definitiv nicht etwas, was man erwartet hätte ein paar Jahre, aber jetzt bin ich so... Die Russische Invasion von Lenkitzel .. génult, 3 días ... Untertitelung des ZDF, 2020